Willkommen zurück bei Mookie Wild Effects. So wie ihr seht, ich hab mein altes Speicherstand wiedergefunden mit Logo und so nem Kram. Joa, so wie gesagt, ja. Es ist ein kleines bisschen getrügen hier, aber ist sie auf mich jetzt gerade nicht. Sonst wäre es eine riesen Arbeit, jetzt alle wieder zu finden suchen, also bearbeiten, mit ihm zu spielen und dann mit ihm zu holen. Da muss alle drei Herrschern zum Beispiel mit ihm spielen, mit ihm spielen und mit denen spielen. Dann kriegt man hier den Logo. So wie ist das halt, deswegen hab ich mein altes Speicherstand gefunden, deswegen juckt mir nicht so lange. So, und wir fangen direkt an mit San Yau. Und zu den Spielen auf, komm mal. Die Disorder, originating in the Yellow Turban Rebellion, led to a time when rival warlords fight against each other. Making use of strategy, bravery, and their sharpest qualities, they fought for domination. One running out momentarily, while others were brought to tears as their own ambitions came to an end. Now, two giants of the North, Cao Cao and Yuan Shao, clashed at Guandu. Zhang Liao fought on the side of Cao Cao, and even though he changed his master from Dong Zhuo to Lu Bu, and now to Cao Cao, he stood upon the battlefield as if drawn there by his own strength. After all this, I still find myself on the battlefield. Master Dong Zhuo, Master Lu Bu, neither of them led me to the true path of the warrior I seek. But misguided strength can lead to violence. What will lead me to it? The path. Hey, hey, the image of the troubled warrior would make a lovely picture. How about it? Let's get to the job at hand. I'm sure that you know. I'll be counting on your help in the battle that lies ahead. Yes, I know. Then for now, we'll destroy every single enemy. There is nothing else I know how to do or so it would appear. I'll be counting on my head. Ich benutze aber diese Waffe, das ist 78, auf Eis, ein Schlachtrost, den nutze ich jetzt hier, der tut den Pegel oberhalb der heißes Vogtbewahrer. Seine Fähigkeiten sieht jetzt so aus. Ist aber nicht viel gemacht worden in der letzten Zeit, wo ich es wieder geguckt habe. Nja, also schon, sparen wir uns die Worte, fangen wir direkt an. Impressive force, Yuan Shao. Du hast beide Nummern und Talent. Ich muss gut planen, um dieses Land zu gewinnen. Die Worte mit der Worte, die mehr es braucht. Eine Worte ist auch ein Worte. Die Worte, die Worte, auf U Chao, ist der Worte. However, wir müssen nicht aufhören. Lass uns gegen Baimang und Gan-Gi, für die Zeit, und warten für Hilfe. Mein Gott, der Worte schlägt Baimang! Set drei Worte. Ich muss die Worte schlägt in der Worte. Du denkst, um die Worte schlägt? Die Worte schlägt. Die Worte schlägt. Die Worte schlägt. Sie sind in der Worte schlägt. Mein Gott, die Yon-Gin in die Weg zu sehen, am gaps zu sehen. Die Verge leurs Ketten. Dann gehst du mit der Worte schlägt. Meine Lieferste, dann schlägt sie in die Gewür zu sehen. Wuبد schlägt. Die Ukraine schlägt, wir werden nicht mehr zu gehen. Dann sind die Worte. Ungewollt, dann gehen wir da. Die Worte kommen, dann gehen wir nach diesen Worte. Die Worte schlägt. Sie sind in die Flucht. Oh Reifer wurde noch da. Da haben wir alles platz hier was drin, oder? Alter, lag ich ja auch nicht. Oh, geht doch mal weg, ihr Pferden. Das Gegenteil ist stärker als ich. Hallo. Ich habe den Sniac erhaut. Ich habe lange nicht mehr mit Wasteaurier gespielt, oder zum Beispiel mit Cheng Yao. Ich werde euch zeigen, was ich habe planiert. Starte die Abenteuer. Oh, du bist endlich hier. Entschuldigung für die Probleme. Krieg mir jetzt. Die Bewerbungsgeräusche sind verletzt. Ah, ein guter Ausgleich. Wir müssen unsere eigenen Ender-Brufe halten. Wie, denn Chao ist er drinne? Ja! Let's go! Ja! Er erledigt! Was? Da kommt ja noch einer! Boah, jetzt! Jetzt geht's die Party rum! Aua! Au! Ist gut jetzt! Sofort hoch! Sofort hoch! Bisschen düster hier! Aber es hat eben... ...Guan Du in Ansicht! Jeden Guan Du Teil... Bei jedem Spiel... Jeden Teil von Dinah's Warriors... ...Ist Guan Du Dunkel! ...Mine Guan Du zu. ...Guan Du. ...Guan Du. ...Guan Du! ...Water! Ach ев, die Guan Du! ...Guan Du! ...Guan Du. Das ist eine coole Sache, oder? Geist, Master Zhang Liao, we shall fight even harder with you! Geist, Master Zhang Liao, we shall fight against you! Geist, Master Zhang Liao, we shall fight against you! This place is mine now! Geist, Master Zhang Liao, we shall fight against you! Geist, Master Zhang Liao, we shall fight against you! Geist, Master Zhang Liao, we shall fight against you! This place is mine now! You should be rich, Master Zhang Liao, you should be rich! Hello, Master Zhang Liao, I don't know... Ich werde dich befassen. Komm, lass uns zurückkommen. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich habe das Gefühl, dass ich die Rettung nicht verletzt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich die Rettung nicht verletzt bin. Ich denke nicht so, dass ich die Feinden nicht so mache. Der Mann ist der Mann. Ich werde deine Ehreinheit in die Bedeutung machen, Duan-Gab. Ich werde die Bedeutung nicht mehr machen, Duan-Gab. Ich werde die Mannschaften nicht mehr machen. Die Schauspieler sind von den Schauspielern. Die Schauspieler sind in dieser Richtung. Ich muss mich verletzen. Ich muss die Schauspieler. Ich muss die Schauspieler. Jetzt kommen Sie. Die Schauspieler sind in der Lage. Das Ort ist meine Schauspieler. Die Schauspieler sind in der Schauspieler. Was war das? Was? Du sagst, dass alle ein paar unserer Anwendungen weg sind? Alles auf die Schauspieler? Ich habe die Schauspieler der Schauspieler. Er war sehr leid. Aber Schauspieler hat die Schauspieler der Schauspieler der Schauspieler der Schauspieler. Die Schauspieler ist ergelegt. Wir sehen uns, wie lange sie dauern. igene Mahle hast auf dem der Schauspieler. Nun ist unsere Chance, unseren Schauspielern zu retten, von der Schauspieler der Schauspielerin. Glauben! Über Zhang Yão kann man wenig wissen, weil er auch Lou Ramire nicht gearbeitet haben hat. Obwohl er es nicht beant Ну oder so gemacht hat, es hat keinen Geld gemacht, mitgekämpft. Und wo Lu Bu gestorben ist, ist Sanyao rüber zu Kakao. Oh, zwei Stück zu mir. Das ist Sanyao. Oder auf Englisch ausgesprochen, Shengya. Das ist Sanyao. Da ist noch ein 2M ab hier. Keine Chance. Ich werde dich selbst befassen. Mein Weg. In der Ehre von den Yuanz. Aufsichtbar! Ich will die Officer defeat. Verweil, Duang Chao. Ich werde meinen Weg von Conquest weitergehen. Ich werde dich nie vergessen. Der Weg des Warrior geht nur weiter. Das war großartig! All those legends about you on the battlefield are true. No. All I did was swing my blade against the enemy. Tell me, Commander. All my skills, do they differ from all of the tyrants we have known? Huh? Tyrants? Ah, you're just tired from the battle. That's all. You've got things all wrong, Shang Liao. You know, life isn't so difficult. Now stop all this thinking. What good is having skill at war? But the more important question, why pursue this skill, if along the way is nothing less than Bedlam? Yes. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Dann nehmen wir hier das, das hier, und das, 68, ah, und blödsinn, 64 blödsinn, 57 blödsinn, auch blödsinn. Ja, vielleicht kann nicht mehr aufsteigen. Ja, das war's mal wieder mit Dynasty Warriors 6. Ich freu mich, wenn ihr mich nächsten Folge besucht, und bis denne! Bis zum nächsten Mal.